Die drei Gaben Es war einmal ein armer Leinweber, zu dem kamen drei Studenten, und als sie sahen, dass der Mann sehr arm war, so schenkten sie ihm in seine Wirtschaft hundert Taler. Der Leinweber freute sich sehr über diese Gabe, gedachte sie gut anzuwenden, wollte aber noch eine Zeit lang seine Augen an den blanken Talern weiden, sagte daher seiner Frau, die nicht zu Hause gewesen war, nichts von seinem Glück, und versteckte das Geld dahin, wo niemand Geld suchte, nämlich in die Lumpen. Als er einmal auswärts war, kam ein Lumpensammler, und dem verkaufte die Frau den ganzen Vorrat für einige Kreuzer. Da war groß Herzeleid, wie der Leinweber heimkam und seine Frau ihm erfreut, das für die Lumpen gelöste wenige Geld zeigte. Über ein Jahr, so kamen die drei Studenten wieder, hofften den Leinweber nun in guten Umständen zu treffen, fanden ihn aber noch ärmer wie zuvor, da er ihnen sein Missgeschick klagte. Mit der Ermahnung, vorsichtiger zu sein, schenkten ihm die Studenten abermals hundert Taler. Nun wollte er es recht klug machen, sagte seiner Frau wieder nichts, und steckte das Geld in den Aschentopf. Und da ging's gerade wieder so wie das vorige Mal. Die Frau vertauschte die Asche an einen Aschensammler gegen ein paar Stückchen Seife, als gerade ihr Mann wieder abwesend war, einem Kunden bestellte Leinwand abzuliefern. Als er wiederkam und den Aschenhandel erfuhr, wurde er sehr böse. Über ein Jahr kamen die Studenten zum dritten Male, fanden den Leinweber fast in Lumpen und sagten ihm, indem sie ihm ein Stück Blei vor die Füße warfen, »Was nutzt der Kuh, Muskate? Dir Tropf Geld zu schenken, wäre dümmer, als du selbst bist. Zu dir kommen wir auch nicht wieder.« Damit gingen sie ganz ärgerlich fort, und der Leinweber hob das Stück Blei vom Boden auf und legte es aufs Fensterbrett. Bald darauf kam sein Nachbar herein, der war ein Fischer, bot einen guten Tag und sprach, »Lieber Nachbar, habt ihr nicht etwa ein Stückchen Blei oder sonst was Schweres, das ich an meinem Netz brauchen könnte? Ich habe nichts mehr dergleichen.« Da gab ihm der Leinweber das Stückchen Blei, und der Nachbar bedankte sich gar schön und sagte, »Den ersten großen Fisch, den ich fange, den sollt ihr zum Lohne haben.« »Schon gut, es ist nicht darum,« sprach der zufriedene Leinweber. Bald darauf brachte der Nachbar wirklich einen Fisch von vier bis fünf Pfund, und der Leinweber mußte ihn annehmen. Dieser schlachtete alsbald den Fisch, da hatte derselbe einen großen Stein im Magen. Den Stein legte der Leinweber auch auf das Fensterbrett. Abends, als es dunkel wurde, fing der Stein an zu glänzen, und je dunkler es wurde, je heller leuchtete der Stein wie ein Licht. »Das ist eine wohlfeile Lampe«, sagte der Leinweber zu seiner Frau, »willst du sie nicht vermöbelieren, wie du die zweihundert Thaler vermöbeliert hast?« und legte den Stein so, dass er die ganze Stube erhellte. Am folgenden Abend ritt ein Herr am Hause vorbei, erblickte den Glanzstein, stieg ab und trat in die Stube, besah den Stein und bot zehn Thaler dafür. Der Weber sagte, »Dieser Stein ist mir nicht feil.« »Auch nicht für zwanzig Thaler?«, fragte der Herr. »Auch nicht«, antwortete der Leinweber. Jener aber fuhr fort, zu bieten und zu bieten, bis er tausend Thaler bot, denn der Stein war ein kostbarer Diamant und noch viel mehr wert. Jetzt schlug der Weber ein und war der reichste Mann im Dorfe. Nun hatte die Frau das letzte Wort und sagte, »Siehst du, Mann, wenn ich das Geld nicht zweimal mit fortgegeben hätte, das hast du doch nur mir zu verdanken.« »Auch nicht für zwanzig Tr chamado ab wird, ichumpen für wund재 – ich meine drge, dann gab es' mich auf die Stärke, Herr Robert, hat diezu das lef Geeste und zu napis gewonnen.